Das Soundsystem wurde aktiviert. Störung. 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 Führerraum besetzt. Zwangsbremsung. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Schließvorgang eingeleitet Zugbeeinflussung ZDF 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 Zugbeeinflussung 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 ZDF 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 Vielen Dank. Türen geöffnet. Vielen Dank. Vielen Dank. Schließvorgang eingeleitet. Vielen Dank. Vielen Dank. Zifa. 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 Vielen Dank. Sie fahre. Zugbeeinflussung. Meine Damen und Herren, wir erreichen in Kürze Berlin-Südkreuz auf Gleis 3. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung links. Zugbeeinflussung. 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 Zugütteln. 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 Vielen Dank. 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 Zip-Fa. Zifa 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Szenario Teil 1 ist beendet. Um einen Absturz zu vermeiden, starten Sie nur den Train-Simulator neu und setzen Ihre Fahrt mit Teil 2 fort. Vielen Dank! Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank! Das Soundsystem wurde aktiviert. Türen geöffnet. Störung Führerraum besetzt. Zwangsbremsung Türen geöffnet. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Schließvorgang eingeleitet. Zugbeeinflussung. Schließvorgang eingeleitet. Bahnhof, den wir voraussichtlich um 1836 erreichen. Zipha, Zipha. 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 Ziphar. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, hier der IC 2389 Grüß dich, die Verkehrsleitung hier Du, da der 1683 in Bitterfeld liegen geblieben ist, wirst du dort Sanderheld einlegen, um die Fahrgäste bis Leipzig mitzunehmen Ich habe verstanden und werde zu weitergeben Danke Ich danke dir, gute Fahrt noch Jo, hier der Zugchef, was hast du denn für mich? Ja, Kollege Ich habe eben die Info von der Verkehrsleitung erhalten, dass ein ICE in Bitterfeld ausgefallen ist Und wir sollen dann dort in Bitterfeld halten und die Passagiere aufnehmen Ja, danke für die Info Ich wette unsere Fahrgäste darüber informieren Alles klar, bis später Ja Wenn Sie trotzdem in Leipzig auf Bad Mück erreichen Ja, danke für die Info 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 Zipha 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 neu und setzen die der fahrt mit teil 3 fort vielen dank das sound system wurde aktiviert Türen geöffnet Störung 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 AFB AFB Führerraum besetzt Zwangsbremsung 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 Schließvorgang eingeleitet. Zugbeeinflussung Verehrte Fahrgäste, im Namen der Deutschen Bahn und des gesamten Zugpersonals begrüße sich die in Bitterfeld zugestiegenen Fahrgäste im IC 2389 nach Leipzig Hauptbahnhof. Aufgrund des Zwischenfalls im IC 1683 und damit verbundenen weiteren Reisemöglichkeiten, binden Sie sich bitte in Leipzig Hauptbahnhof direkt an die zuständigen Kollegen vom Bahnhof Service. Im Namen der Deutschen Bahn bitten wir Sie, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Ich wünsche Ihnen jetzt eine angenehme Fahrt. Unser nächster Fahrplan mäßiger Halt ist Leipzig Hauptbahnhof, den wir gegen 18.36 Uhr erreichen werden. Z-Fahr. 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 Zipha 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Fahrgäste mit Zielhalle an der Saale nutzen bitte den bereits eingerichteten Schienenersatzverkehr. Vergewissern Sie sich, bevor Sie aussteigen, dass Sie nichts vergessen haben. Im Namen der Deutschen Bahnhof des Zugpersonals verabschieden wir uns von allen Fahrgästen und würden uns freuen, Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen. Ich wünsche Ihnen einen guten Heimweg bzw. weiter Fahrt. Auf Wiedersehen. Der Ausstieg ist in Fahrtrichtung rechts. Zugbeeinflusst. 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 Vielen Dank. Zugbeeinflussung 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Zugbeeinflussung Zuguli Zugiper Zuguser Zuguer Zug Case Zipha Meine Damen und Herren, wir haben unseren Ziel- und Endbahnhof Leipzig-Hauptbahnhof erreicht. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen, da der Zuglauf hier beinhaltet ist. Sage Tschüss und auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Zipha Zipha